Hoin Leute, hier ist euer hanseatischer Nomade. Ich bin in der Kärtnerstraße in Wien. Und ich glaube, ich gucke mal jetzt den Weg hier runter. Mal gucken, was ich hier alles mitnehmen kann. Ich bin in der Kärtnerstraße in Wien. Ich bin in der Kärtnerstraße in Wien. Ich bin in der Kärtnerstraße in Wien. ja leute ich bin heute jetzt angekommen ich bin auch gar nicht so vorbereitet gerade aber ich wollte mal in die stadt gehen etwas essen jetzt gehe ich erst mal zurück morgen bzw in den anderen videos kommt ein bisschen mehr was ich zeigen kann auf jeden fall wirkt das hier sehr sommerlich im gegensatz zu hamburg muss ich sagen sehr warm ich kann hier mit t-shirt rausgehen kleine straßenbahn fahren hier lang döner box 5,20 euro so ich muss auflegen ich weiß nicht wo ich bin bis dann